Für diese tolle Wahl, für die tolle Vorbereitung, die ihr auch getroffen habt, wir werden... Dankeschön Markus Rode, Chefredakteur der Sportreview. Vielen Dank an alle, die 84 Astazia Kastelic, Kastelic Sport, die... ...ab Dezember diesen Jahres auf EGIT, an die Hewitz. Kastelic, Kastelic, Kastelic. Kastelic, 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 K Stecklein abbitten. Junge haben wir gesinnt, glückliche Gewinnerinnen. Bekommen von euch einen, die Ewiner, die Corinna und die Silvia. Sie werden unfeuert.